Was geht? Cory hier. Und heute möchte ich euch damit reinnehmen, wie ich die Bibel studiere. Ich wurde jetzt häufiger gefragt, dass ich mal ein Video darüber mache. Und ich bin niemand, der spektakulär die Bibel studiert. Also ich habe keine drei Millionen verschiedene Post-its, zehn Marker, die alle eine andere Bedeutung haben oder sonst was. Aber ich teile einfach mal, wie ich die Bibel studiere und wie ich das mache. Vielleicht könnt ihr was da rausnehmen. Ich sage nicht, dass es Sinn ergibt, was ich mache. Aber so mache ich das einfach. Zuerst suche ich meine Bibel, weil sie wahrscheinlich wieder unter der Couch ist. Nachdem ich dann die Bibel gefunden habe, hole ich noch meinen Bibelkommentar dazu. In dem steht meistens noch mehr Hintergrundwissen. Manchmal habe ich mein Handy noch dabei, wo auch die EU-Version zum Beispiel drauf ist. Genau, dann hole ich eigentlich noch meine Kulis oder ein Kuli. Den habe ich übrigens hier schon. Kuli und Marker. Ich bin keiner, der irgendwie nicht speziell Marker benutzt. Bei mir ist es eigentlich ganz random. So die wichtigen Sachen sind immer gelb bei mir und alles andere ist eine andere Farbe. Es gibt ja Leute, die machen so extrem. Gelb steht für das, Rot steht für dies, Blau steht für das. Aber bei mir ist es so, alles, was gehighlightet werden muss, ist gelb. Und wenn gelb aus ist, dann benutze ich die anderen Farben. Als nächstes öffne ich balbusserver.com. Und das ist die Seite, wo ich auch immer mitlese in mehreren unterschiedlichen Übersetzungen. Dann habe ich meistens Luther, Elberfelder, Hoffnung für alle und immer noch eine englische Übersetzung. Einfach nur, um möglichst viel zu verstehen. Als nächstes öffne ich Bibelkommentare. Und auf der Seite kann ich nachschauen, welche Ursprungswörter verwendet wurden. Also ich lese dann die Stelle und dann kann ich jedes einzelne Wort nochmal nachschlagen. Es gibt dann immer zwei verschiedene Arten. Entweder mache ich alles digital und schreibe das digital in Docs auf. Oder ich schreibe das noch altmodisch in meine Notizbücher. Kommt drauf an, in welchem Setting ich gerade bin und was ich gerade versuche zu studieren. Nummer zwei ist, ich versuche erstmal für mich selber ruhig zu werden. Und wirklich vielleicht ein Gebet zu sprechen. Vielleicht versuche ich ein bisschen Worship davor zu hören. Ein bisschen Lobreis-Lieder davor zu hören. Einfach nur, um runterzukommen. Weil meistens, es bringt nichts, einfach nur zu lesen und zu lesen und zu lesen. Also man kann auch lesen, einfach nur um zu lesen. Aber das ist ja für mich kein Bibelstudy. Bibelstudy ist, du versuchst es zu verstehen und zu verinnerlichen. Und deshalb versuche ich zuerst runterzukommen, wenn ich alles vorbereitet habe. Und dann fange ich an zu lesen. Ich lese eigentlich Abschnitt für Abschnitt. Schaue mir dann die unterschiedlichen Querverweise an, vergleiche, nur um die Szene einfach nur zu verstehen und alles drumherum zu verstehen. So, welche Zeit, was ist da gerade passiert und, 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 und. Und das mache ich alles in Hilfe meines Bibelkommentares. Hier wird nämlich erklärt, was die Stelle vielleicht bedeutet. Ähm, es gibt noch einen historischen Kontext meistens dazu, äh, Vergleichsbibelstellen, damit man einfach diese Szene versteht und das, was sie aussagen möchte. Gleichzeitig unterstreiche ich natürlich auch die Passagen, die mich ansprechen. Und genau diese Dinge schreibe ich mir dann auch auf. Zwischendurch natürlich lasse ich mich eine Milliarde mal ablenken, weil irgendwie habe ich, kann ich nicht, mich nur darauf konzentrieren. Ich lasse mich so oft ablenken. Genau, dann, nachdem ich gelesen habe und so die Hintergrundgedanken, alles verstanden habe und sowas, dann versuche ich das zu erklären. Also gerade bei Gleichnissen ist es meistens ein bisschen schwieriger. Ähm, und da gehe ich dann ein bisschen mehr ins Detail. Da schaue ich mir dann auch die einzelnen Wörter an, die ich vielleicht nicht ganz verstehe oder wo ich gerne wissen würde, was sie ursprünglich bedeuten. Weil im Hebräischen oder sowas haben die Wörter meistens mehr Bedeutung als die, die im Deutsch, äh, vorkommen. Und wenn ich irgendwie nicht verstanden habe oder sowas, dann lese ich vielleicht nochmal in Hoffnung für alle oder in Elberfelder oder auf Englisch sogar, wenn ich, wenn ich gar nicht weiterkomme. Und wenn ich dann zum Beispiel nachschauen möchte, äh, was ein Wort speziell bedeutet hat, dann gehe ich, wie gesagt, auf bibelkommentare.de und dann sehe ich zum Beispiel ein Wort wie erstaunen. Ich klicke dann das Wort und dann sehe ich hier, Ekstasis hat es bedeutet und hier wird nochmal angezeigt, wie oft das in der Bibel vorkommt. Und hier sehen wir die ganzen unterschiedlichen Stellen und wenn ich die lese, verstehe ich meistens auch nochmal, äh, was das Wort, ähm, genau bedeutet oder in dieser Stelle bedeutet. Aber das ist so der Teil Erklären und Verstehen. Zum Schluss ist es anwenden. Meistens habe ich noch eine Bibelstunde. Ich habe zum Beispiel samstags, äh, jeden Samstag jetzt um 18 Uhr eine Bibelstunde, wo wir jetzt gerade das Markus-Evangelium durchgehen. Und, ähm, da ist sozusagen die Anwendung, da versuche ich halt noch herauszufinden, wie kann man diese Szene, die wir jetzt gerade gelesen haben, auf heute anwenden. Dazu schaue ich mir meistens auch nochmal eine Predigt oder sowas an. Ich gehe einfach auf YouTube, gebe dann einfach die Bibelstelle ein, Markus 5 zum Beispiel und ich gucke gerne Sachen auf Englisch, äh, also schaue ich mir einfach, äh, Mark 5, äh, Sermon und der hier zum Beispiel, der MacArthur, der ist ein sehr guter, ähm, genau, ein sehr guter Prediger. Und dann schaue ich mir ein bisschen ein paar Predigten an oder sowas, um nochmal ein bisschen zu verstehen, so wie ich Sachen anwenden kann im Alltag oder, 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 oder. Ähm, das ist so der nächste Schritt, den ich mache, äh, damit ich es auch, ähm, authentisch weitergeben kann und einfach gut weitergeben kann. Aber auch so andere Predigten, vielleicht ein bisschen modernere Predigten, wo sie auf die Alltagssituationen eingehen. So versuche ich halt herauszufinden, okay, wie kann man diese Stelle, äh, falls man sie kann, äh, auf heute anwenden. Und das mache ich ja dann samstags, gebe ich das dann weiter und da kommen ja dann meistens auch nochmal Fragen, die ich mir dann später anschaue und mit dem Thema tiefer beschäftige. Und zum Schluss dann, ähm, wenn ich das Thema eigentlich komplett so verinnerlicht habe, versuche ich immer noch, ähm, darüber zu beten oder wir haben eine Gebetsgemeinschaft oder, ähm, Gebetskreis, wo wir dann nochmal dafür beten, dass das Wort, das gerade gepflanzt wurde, ähm, auch aufgeht und dass wir das nicht nur gehört haben, sondern dass wir auch verinnerlichen. Punkt 6 ist eigentlich immer der, ich habe es jetzt gelernt, jetzt vergesse ich es wieder. Weil meistens kommt dann jemand, der fragt so, ja, was bedeutet diese Stelle und dann kann ich es nicht auf Anhieb erklären. Und dann heißt es einfach nur, dass ich alles wiederholen muss. Also ich wiederhole einfach genau dieselbe, äh, Struktur, die ich gemacht habe, wiederhole ich. Nur das Ding ist, ich habe da ein bisschen mehr Wissen und das Krasse, das Coole an der Bibel ist, dass da noch mehr rauskommt. Wenn ich das zweite Mal diese Stelle studiere, dann bin ich gefühlt noch eine Stufe, ja, eine Ebene tiefer. Und das ist so mein, mein Alltag, mein Durchgang. Ich hoffe, ich konnte euch das ein bisschen zeigen, wie ich das mache. Ich sage nicht, ihr müsst es genauso machen, weil ich habe schon meine seltsame Art und ich weiß noch nicht mal, ob alles Sinn ergibt, wie ich es mache. Das ist so, wie ich es mache und ich wurde häufiger jetzt gefragt, ob ich so ein Video mache. Ich weiß nicht, ob das gut genug ist für euch. Ihr könnt mir ja unten in die Kommentare schreiben, wie ihr die Bibel gerne studiert und, ähm, ja. Oder ob ihr es hier gemacht habt. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin, Cory hier, Eda, alles klar. Eda, alles klar.